Jolle oder herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute auf dem mit Altmetall und ich habe kein Thema anzusprechen, außer dass gestern Weihnachten war. Ich wünsche euch alle frohe Weihnachten, solange ihr halt Weihnachten feiert. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr bekommen habt. Und ich mache einfach ein Video. Also mal, wie mit dem Account von meiner Schwester. Chille. Die Videos werden ja immer in der Welt, als ich Videos hochleide, was ich selber schade finde. Ihr wahrscheinlich nicht, aber egal. Ich mag das gerne. Aber ich nehme halt nur auf, wenn es mir Spaß macht. Und ich schneide eigentlich auch nicht für andere. Also natürlich will ich auch das andere sehen. Darf ich sehr gut über die richtige Cloud-Form. Aber ich schneide an sich einfach, weil es mir Spaß macht und ich einfach das Ergebnis schön finde, wenn man das Video einfach dann ändert. Und man einfach ein super neues Video hat und einfach komplett damit zufrieden ist. Das macht einfach Bock. Und deswegen schneide ich. Und nicht, weil ich bekannt werden will. Natürlich will man das auch, aber mir geht es nicht nur darum. Das ist eine Hicke wieder. Das ist eine Hicke wieder. das ist eine Hicke. Das ist eine Hicke-Werлер-Erre feiere. Ja, oder? Das war eigentlich. Das faktiskt war uns encant. Und dann sehen wir uns im nächsten Video, wie ihr noch gebt. Tschau! Tschau!